Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen heute zu einer neuen Runde Call of Duty Ghosts. Ja man, Ewigkeit nicht mehr gebracht, sind auch ganze 1497 Spieler online. Ja moin, alles klar. Ich muss gestehen, kleiner Realtalk am Rande. Ich habe mir das Spiel sogar jetzt nochmal neu gekauft, weil mein anderes irgendwie kaputt war. Habt ihr vielleicht bei Solution im Video mitbekommen. Das ging nicht mehr und jetzt habe ich mir wirklich Ghosts nochmal neu gekauft. Wir suchen hier direkt schon mal eine Runde Team Deathmatch. Join rein, Team Deathmatch auf Tremor. Und ich habe es die Tage mal ein bisschen gezockt. Digger, wer da viel? Ähm, Kylo. Und da wird so viel gekämmt und mit Thermal in der Ecke geschimmelt, das ist nicht mehr feierlich. Trotzdem finde ich, es ist ein gutes Call of Duty, muss ich ehrlich sagen. Viele haben es ja immer gehatet. Altes Thema, alte Kamelle, aber viele haben es immer gehatet. Ich finde es nice. So. Äh, warum ist mein Headset aus? Aha. So, was spielen wir denn hier? Komm, wir spielen mal direkt Spezialistenbonus. Wunder hat gerade angefangen, aber ich muss doch den Sound lauter machen. So. Let's go, Alter. Also für mich, wenn ich es jetzt auch gerade mal mit den aktuellen CODs vergleiche, hier sind halt Boots on the ground. Und das ist genau mein Ding. Alter. Ehrlich gesagt, ich glaube sogar, ich werde das mal wieder streamen. Da werden wir bestimmt eine Lobby voll bekommen. Mit den Zuschauern zusammen. Wäre jetzt bestimmt lustig. Und es macht halt Spaß. Wisst ihr, was ich hier dran halt echt geil finde, Digger? Es gibt... Oh, wo war er denn? Guckt euch. Den, Digger, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Und der sitzt da immer noch. Ich wette ein Fünfer drauf, dass er da immer noch sitzt. Und ich ihn wieder nicht sehe. Ja. Die Beine, die er hat, dienen lediglich zur Deko. Hier noch einen. Hier oben ist auch noch einer. Guckt euch das an, wie die spielen. War aber auch selten dämlich von mir. Der Move. Scheiße. Alter, hier sind mehr... Guckt euch den an. Eieieieieiei. Also gewöhnt euch dran, wenn ihr das Spiel spielt. Die Leute haben hier die Beine. Einfach lediglich zur Deko. Deko. Nee, 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 nee. Dit kann ich mir nicht gefallen lassen. Aha. Die Hände hast du auch zur Deko, oder was? Eieieiei. Guckt euch den an. Dann macht er den Camper-Move. Der ist durch 7 zu 5. Dann leckt mir das Rosettchen wund. Der ist immer noch. Der ist immer noch irgendwo. Nein. Nein. Warum? Warum? Ich laufe da jetzt so lange hin, bis ich den Wichser geholt habe. Ah, das ist er aber nicht. Aha. Vielleicht war er das. Ich bin mir nicht ganz sicher. Guckt euch den hier an. Nee, ja, Moin. Ich hab gedacht, der Schatten wird Gegner so... Hey, Mann. Jetzt muss ich mit... Ach, jetzt muss ich die Klasse wechseln. Die Map leuchtet mehr als ein scheiß Weihnachtsbaum. Guckt euch das hier an. Aha. IMS zerstört. Und ich sag's euch. Der Camptier immer noch irgendwo. Er sitzt da wieder! In der verfickten gleichen Drecks-Ecke. Was für ein dummer Spast. Ich laufe da so lange hin, bis ich den Hurensohn gekillt habe. Ey, woher hat er es gewusst? Nein. Nein, er... Och, ey, Freunde. Ich gehe hier 9 zu 10. Das ist so eine Aids-Runde. Ich kriege hier Tode gedrückt. Das ist nicht mehr normal, Digga. Ich stehe 14 zu 15. 14 zu 15. Und jetzt brauchen wir auch nicht wieder die ganzen Humperman in die Kommentare schreiben. Ey, Monte. Du bist so schlecht in COD. Ja, wahrscheinlich hättet ihr hier eine Campstrike. Oh mein Gott. Ist das eine widerliche Runde, Digga. Ich habe lange nicht mehr so eine eklige... Äh, nee. Alles leuchtet hier auf der Map. Ach ja. Hat dir das geschmeckt, wie ich dir das Messer in deinem... Woher weiß er das? Das frage ich mich gerade. Der geht hier 16 zu 7, ne? Der Thurby geht 1 zu 14. Eine Runde geht jetzt aber noch gegen die. Das kann ich nicht auf mir so sitzen lassen. Jetzt muss ich dir nochmal zeigen, wie man richtig COD spielt. Schauen wir mal, schauen wir mal. Eigentlich eine ganz gediegene Map. Bisschen klein, aber es macht nichts. Was spielen wir denn jetzt hier? Streaks? Komm, wir spielen die FAD. Stabiler Eumel. Ziel ist, die Streaks mindestens einmal voll zu machen und hier nicht negativ zu gehen. Ja, moin. Beste Vorsätze ever. Ich glaube, mir fällt gerade ein. Ich glaube, ich muss die Klasse doch gleich wieder wechseln. Wenn die wieder hier mit diesen ganzen Sachen spielen, dreht mir eine dies, das. Komm schon, Alter. Let's go. Vielleicht war die Klasse doch nicht die beste Wahl. Da ist noch einer. Alter. What the fuck? Da war noch einer. Und der holt mich jetzt. Ich habe es immerhin. So, das sieht doch schon mal gut aus. IMS ist da. So, jetzt muss ich aber da nochmal weg. Jetzt laufe ich lieber woanders hin. Jetzt kann das IMS mal kurz zwei, drei Kills machen. Ne, die sind alle da. Die sind alle da, Liga. Jawohl. Sehr schön. Ziel. Einmal die Streaks voll machen. Sieht bis jetzt gar nicht mal schlecht aus. So, wo sind sie denn? Ei, 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 ei. Wahrscheinlich mache ich da einen Kill mit, oder? Mit gut Glück mache ich jetzt. Ja, moin. Wahrscheinlich mit gut Glück. Nur mal. Spawn sind sie jetzt wirklich alle da noch in der Bude, oder was? Ey, die haben sich wie lange geschützt erkämmt. Ja, was ist ja noch bestimmt. Jawohl. Den Maniac habe ich. Sehr schön, Digga. Den kann ich jetzt theoretisch gesehen ja auch ganz in Ruhe holen. Weil die Gegner spawnen hier ja auch nicht. Und dann laufe ich mal mit dem Maniac da rein und rasiere gegen den Strich. So, schön nochmal eine Satcom. Perfekt. Rutsch rüber, das Ding. Wo ist er? Da ist er. Sehr schön. So, und jetzt rein in eine Luzzi. Rein in eine Luzzi! Hab doch gesagt, ich zeige den Dixern mal, wie man richtig COD spielt. Ja, Moin, jetzt sind sie nicht mehr hier. Wo sind die denn jetzt? Da unten sind sie, ich sehe. Guck dir das an, Digga. Einmal. Sehr schön. Ja, so macht das Spaß, Digga. So macht das Spaß, Digga. Ja! Jibbi! Rasieren! AMK! Digga! Was ist los? Komm her, du Wichser! Oh, oh! Nee, so haben wir nicht gewettet. Komm her, hier! Ja, bei! Ja, bei! Rein, Luzzi! Scheißegal, ob ich sichtbar bin! Juck mich nicht! Komm her, hier! Jibbi! Ey! Nein! Egal, scheiß drauf, Digga. Ja, aber rasiert! Verpiss dich, du Schnecht! Verpiss dich doch mal, du Scheiß-Busch-Wooki! Ey, Mann, jetzt blockiert er nicht! Das hat Spaß gemacht! Aber deng, du ein bisschen! Ja, Mann, jetzt zeig mir den Dickster mal hier, wie es läuft! So lobe ich mir das, Digga! Er ist oben auf der Statue! So, theoretisch gesehen, müssen wir jetzt hier spawnen. Da ist einer! So, ja! Papamonte brauchte nur eine kleine Aufwärmphase, Digga! Ja, Moin, was war das denn? Sieht ganz komisch aus, gerade. Nein, 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 nein! Komm, hier rein in eine warme Bude! Ja, dir ist gefallen, Digga! Hat dir das gefallen, du kleiner... Geil! So, die sind noch mit sich... Hä? Komm, ich will noch mal, zumindest noch mal die Predator-Scheiße da bekommen. Sehr schön! Ähm, so, dann machen wir wahrscheinlich wieder gar kein Kill. Wett ein Fimber drauf. Pff! Ja. Was habe ich gesagt? Egal, scheiß drauf, Freunde, Alter! Wir haben hier ein ganz gediemenes 27 zu 3. Jetzt bin ich wieder auf die scheiß Aufdamentaste gekommen. Ja, aber so ist der normale Spieler momentan in Ghosts. Die Runde hat aber echt Laune gemacht. Allgemein, wenn es dann läuft, dann macht es auch Laune. Ja, Mann, 27 zu 3. Da haben wir dir mal gezeigt, wie man rasiert. Und das hat auch echt Spaß gemacht, Digga! Und in dem Sinne würde ich einfach sagen, wieder schauen, reingehauen!